Kurz vor Finale, Dschungelfans sind von diesem Star genervt. Das große Finale des Allstars Dschungelkamp steht bereits in den Startlöchern. Nur noch wenige Tage, bis ein Promi mit der heiß begehrten Dschungelkamp-Krone vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow, 56, und Jan Köppen, 41, gekrönt wird. Aber wen wollen die Fans schon heute nicht mehr im Camp sehen? Von insgesamt 942 Umfrageteilnehmern stimmten 244 Promiflaschleser, Stand, 29. August, 17 Uhr und 23 Minuten, dafür, dass Mola Adebisi, 51, den südafrikanischen Dschungel verlassen soll. Das sind umgerechnet 25,9% der gesamten Teilnehmer. Nur knapp hinter Mola reiht sich Georgina Fleur, 34, ein. Mit 213 Stimmen ist sie ihrem Kontrahenten dicht auf den Fersen. 22,6% der Promiflaschleser wollen auch die einstige Bachelor-Kandidatin nicht mehr auf ihren Bildschirmen sehen und erhoffen sich ihr baldiges Ausscheiden. Wen die Dschungelfans alledays noch etwas länger verfolgen wollen, sind Sarah Knappig, 37, Kaderlot, 51. Und 50, dass Mola den ersten Platz beim Ranking des unbeliebtesten Dschungel-Teilnehmers belegt, ist wohl keine große Überraschung. Mit den Aussagen über sein Frauenbild schoss sich der Moderator kurzerhand selbst ins Aus. An Tag 13 erzählte er ganz stolz, also meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz. Mit dieser Meinung biss er bei den Zuschauern ordentlich auf Granit. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich gerade kotzen möchte, beschwerte sich ein Nutzer auf X. Ein weiterer Fan schloss sich seinem Vorredner an und feuerte, boah, ist der Mola daneben. Der Typ ist im Kopf im Jahr 1944. Macht, dass es aufhört. Der Typ ist im Kopf im Jahr 1944.